Hallo Leute, mein Name ist RagingRaptor.de und ich begrüße euch zu einem neuen World of Tanks Video. Ja, nach einer kleinen Weile habe ich es endlich mal wieder geschafft, ein Video zu machen. Tut mir leid, neue Universität, die ist gerade ziemlich am stressen mit Vorlesungen bis 21 Uhr am Montag und am Dienstag. Aber nun ja, heute möchte ich mit euch den neuen leichten Panzer oder das Objekt 432 angucken. Vielleicht jetzt mehr oder weniger der erste hochstufige Premium-Panzer der Russen, der natürlich ein leichter Panzer ist. Wir haben theoretisch schon den T-44 Lightweight, leichter Panzer oder Leichtgewicht, wenn man es so sagen möchte. Und jetzt will Wargaming, so wie es aussieht, doch einen neuen Panzer hier reinbringen, das ist das Objekt 432. Bevor wir aber damit anfangen, möchte ich noch kurz einen kleinen Nachlass oder Nachdruck geben. Und zwar ein Dankeschön an Frott Bobbler, ich habe den Kommentar auch angepinkt bei meinem IS-3A-Video. Ich habe da nicht ganz richtig verstanden. Und zwar, es geht darum, dass er einen inversen Autoreloader hat. Also wenn man das vergleicht mit dem, was der Progetto hat. Der Progetto, der braucht ja immer kürzer, je mehr Geschüsse, dass er drin hat in seinem Magazin. Und bei der IS-3A wird das so sein, dass es immer länger dauert. Danke nochmal dafür, danke dir vielmals, eben Kommentar ist angepinkt, damit die Leute halt dadurch auch sehen. Ich habe da einen kleinen Fehler gemacht. Aber nun ja, fertig mit den Fehlern, jetzt gucken wir uns doch das Objekt 432 an. Ein, wie soll man das sagen, ein Objekt, das wirklich ein bisschen aussieht wie ein flach gedrückterer, noch flach gedrückterer T-100 LT mit einem T-62 Turm. Sowas in der Art, aus meiner Sicht momentan. Was ich bis jetzt von dem Panzer mitbekommen habe, ist das Wargaming, den gerne momentan mit zwei verschiedenen Kanonen testen möchte. Einmal mit der 100 Millimeter Kanone und einmal mit einer 85 Millimeter Kanone. Mehr oder weniger einer gleichen, wie der LTT-B hat. Aber nun ja, ich denke, es ist doch auch eine gute Idee, wenn wir schon den Panzer haben, dass wir ihn mit dem LTT-B doch vergleichen. Hätte ich doch gesagt, oder nicht? Nun, hier geht es los. Es ist auch, wie gesagt, das ist hier nicht so schön drübergezogen. Mein Fehler, machen wir das halt von Hand. So, jetzt haben wir es. Die Hit- oder Strukturpunkte mit 1150 sind aus meiner Sicht schon eher hoch angesiedelt für eine Stufe 8. Leichter Panzer, aber ja, kann auch gut sein, wenn ich so sagen darf. Definitiv 100 HP höher, kann dir oder dir in irgendeiner Runde definitiv mal das Leben retten. Die Masse ist ja eher unnütz. 27 Tonnen, man will mit dem Panzer eh nicht. Ram, jedoch das Pferdestärken pro Tonne Verhältnis von 31,48 ist definitiv nicht von schlechten Eltern. Klar, es ist nicht so gut wie das vom LTT-B, der fast 34 Pferdestärken pro Tonne hat als Verhältnis, aber an und für sich schon ziemlich gut. Also zum Beispiel Panzer wie die LC EVEN 90 oder EVEN 90, der hat da ziemlich viel weniger, fast 7 Pferdestärken pro Tonne weniger. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Auch unser leichter Kampfpanzer M4190, je nachdem GF, der hat auch um die 10 Pferdestärken pro Tonne Verhältnis weniger als das Objekt 432, also eine ordentliche Anzahl weniger. Dazu kommt eine sehr, sehr gute Topgeschwindigkeit von 70 km pro Stunde und eine Rückwärtsgeschwindigkeit von 23 km pro Stunde. Ihr könnt sehen, in beiden Werten übertrifft das den LTT-B. Die Wärmdrehgeschwindigkeit ist 48 Grad pro Sekunde, 2 Grad weniger, nichtsdestotrotz ein sehr, 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 sehr guter Wert und die Turmdrehgeschwindigkeit ist 50,1 Grad pro Sekunde. Und wenn man es hier jetzt mit dem Ding vergleicht, mit dem LTT-B-Vergleich, also wirklich genau gleich. Die Bodenresistenzen sind auch so wie es aussieht gleich und alle Werte sind aus meiner Sicht sehr gut. Also der Panzer ist flott unterwegs auf schlechterem Grund und kommt auch gut über diesen schlechteren Gründen weg. Nicht so gut wie andere Panzer, wie die Badgettelion 12T oder der ELC EVEN 90, aber definitiv gut genug, vor allem für ein leichter Panzer. Was mir ein bisschen sauer aufstoßt, sind die 380 Meter Stock View Range. Jedoch glaube ich, wenn wir hier Binos reinpacken und eine ordentliche Crew oder Optiken draufpacken und eine ordentliche Crew haben, sollte dieser Panzer schon auf 445 Meter Sichtweite kommen. Aber es ist natürlich wirklich vorauszusetzen, dass man auch, vielleicht kann ich mit Optionen die Crew noch einsetzen, leider geht das hier nicht. Es ist schon vorauszusagen, dass man Waffenbrüder brauchen sollte, ein paar sichtweite Skills sollte man auch haben, dann kommt es gut. Jedoch, der Panzer, wie ihr schon sehen könnt, ist ziemlich flach. Und das wird jetzt auch heißen, dass dieser Panzer ein ziemlich gutes, was soll man sagen, ziemlich gute Kamu hat, wenn er steht. Darum kann man sich bei dem Panzer gut überlegen, auch die lieben netten Binos reinzupacken, um den halt als Passivscout zu benutzen. So, wie sich der T100LT normalerweise spielt. Also klar, der T100LT ist auch ziemlich genau während der Fahrt, obwohl die Kanu eigentlich extrem ungenau ist. Allgemein ist er ziemlich genau während der Fahrt, aus dem Grund halt rascher. Und da, den könnte man definitiv auch mit dem Binos fahren, wenn man nicht aktiv scouten will. Die Größe dieses Panzers erlaubt das definitiv. Zur Panzerung eigentlich ziemlich gut, wenn man sich so überlegt, 70 Millimeter in dem Winkel ist nicht schlecht. Gegen Low-Tiers, wie gesagt, dieser Panzer kann gegen Stufe 6 Panzer fahren, sollte diese Panzerung sogar was abhalten. Und 160 am Turm, ich denke, wenn man diesen Panzer vergleichen muss, dann ist es definitiv wirklich von der Panzerungstechnik her so wie ein T100LT. Wir können uns bei ihm auch noch kurz das Panzerungsprofil angucken. Ihr könnt sehen, die Oberwand ist jetzt 90 Millimeter dick, also nicht die 70, also kommt da 20 Millimeter noch runter. Je nachdem, wo man hinguckt, sollten das vielleicht nicht 190 Millimeter sein, sondern eher so um die 150. Und 150 sollte gegen Stufe 6 Panzer ohne Probleme reichen. 40 Millimeter, das ist genau das Gleiche wie bei diesem Panzer hier. Und am Heck weiß ich auch nicht. Hier steht 40 Millimeter. Da könnte es dann das gleiche Panzerungsschema ist wie beim T100LT. Der Turm hier steht 160 Millimeter. Definitiv, wenn das so ist wie beim T100LT, reicht das völlig gegen Stufe 6 Panzer aus. Gegen höherstufige Panzer ist es eigentlich nicht zu empfehlen, dem Panzer aggressiv ranzufahren. Nichtsdestotrotz, für einen leichten Panzer ein sehr, sehr gutes Panzerungsschema. Leider, wie schon gesagt, wir haben noch keine Bilder zum Panzerungsschema allgemein. Also reine Spekulation. Nun, jetzt wird es interessant. Wir haben zwei Kanonen zur Auswahl. Die erste Kanone ist die 85 Millimeter D58. Ja, ich habe es richtig gesagt. Eine vielleicht so klonmäßige Kanone wie die der LTTB hat. Und ihr habt sogar einen Vorteil, dass ihr mehr Durchschlagskraft habt. Ganze 6 mehr auf AP und Ganze 2 mehr auf AP-CR. Der Schaden jedoch, der bleibt gleich. Wir können jetzt auch mal gucken, von der Nachladezeit her, hat dieser Panzer auch die bessere Nachladezeit? Anstatt 5,1 Sekunden hat er 4,1. Die Genauigkeit ist sehr genau. 0,33, also überhaupt nicht wie beim T100LT. Also, ja, definitiv gut. Die Einzelzeit in 1,9 Sekunden ist, glaube ich, sogar vergleichsmäßig mit dem des T100LT. So, jetzt haben wir es. DPM 2200, auch ein guter Wert. Also, man muss hier aufpassen. Der Einzige, was natürlich abschreckt, ist die schlechte oder der kleine Alpha. Was aber genial ist, und das seht ihr jetzt hier auch, sind die minus 7 Grad negativen Kanonenrichtwinkel. Da kann der LTTB nur von treu mit seinen 5 Grad. Vor allem mit dieser großen, langen Kanone können diese 5 Grad definitiv mal problematisch werden. Das Gleiche ist auch beim T100LT, der nur 5 Grad hat, anstatt 7 Grad. Und glaubt mir, Leute, 7 Grad ist schon ein Riesenunterschied. Allein schon 6 Grad ist ein Riesenunterschied. Und jetzt kommt es interessant. Jetzt geht es ein bisschen ins Technische rein. Hier haben wir den Aim Spread oder die Genauigkeit während der Fahrt, während dem Schießen. Das sind eigentlich hier diese Dispersion Values, wenn man das so sagen möchte. Und nach dem Schießen, könnt ihr sehen, ist es 3,836. Und das ist genau gleich wie beim LTTB. Okay, aber jetzt wird es interessant. Während der Turmdrehung, also wäre das Tertraverse hier, ist es ja 0,077. Aufgerundet 0,08, also gleich wie beim LTTB. Während der Fahrt ist es aber nur aufgerundet 0,1. Während hier der LTTB bei 0,12 ist. Und auch die Genauigkeit während der Wanddrehung, Tank Traverse, ist auch 0,1 im Gegensatz zu 0,12 wie beim LTTB. Leider gibt es hier keine maximale Geschwindigkeit. Genauigkeit, das müssen wir halt einfach so interpretieren. Damit wir noch einen Vergleichswert haben, der LTT, äh, der TN-100 LTE im Gegensatzzug ist viel, noch viel, viel genauer. Könnt ihr sehen. Und das merkt man auch, wenn man den Panzer spielt. Die Genauigkeit ist eigentlich schon eine Frechheit, wenn man es so sagen dürfte. Ein anderer Panzer, der auch sehr dafür bekannt ist, genau zu sein, wäre ja das Objekt 140, das wir hier noch als Vergleich nehmen können. Ihr könnt sehen, die Genauigkeit während der Bewegung ist besser, sowie auch der Wanddrehgeschwindigkeit, äh, während der Wanddrehung ist besser. Jedoch während der Turmdrehung ist der liebenette Objekt 432 genauer. Das ist aber nur für die 58mm Kanone. Jetzt haben wir noch die zweite, die D100TM Kanone. Und das ist nicht eine, wie der TN-100 LTE hat, sondern eher etwas, was man vergleichen könnte, wie mit einem T-44. Wir können mal gucken, was der T-44 Lightweight für eine Kanone hat, aber soweit ich es weiß, ist es eben auch eine 85mm, wie wir hier jetzt gerade bestätigt haben. Ähm, wäre es eventuell mit dem WZ zu vergleichen? Ja, wir vergleichen es doch mal mit dem WZ. Und, oh boy, diese Kanone, ich habe ein bisschen Schiss, mit beiden Kanonen sieht der Panzer enormst gut aus. Vielleicht mit der schnell schießenden Kanone will ich genauer jetzt so einfach rübergucken von den Werten. Aber gucken wir mal an. Der DPM, oder besser gesagt, der Schaden pro Schuss ist genau gleich wie beim WZ-132. Ähm, die Durchschlagskraft ist um einiges besser. Anstatt 189 habt ihr 212. Das ist eigentlich schon ein schwere Panzerniveau teilweise. Und 235 mit Gold, gut, es ist halt ein leichter Panzer, der braucht eigentlich nicht so viel. Aber trotzdem, 235 ist schon fast je 100 LTE-Niveau, wenn man sich so sagen darf. Also, Durchschlagskraft von der 100 Millimeter ist enorm für einen Stufe 8 leichten Panzer. Just FYI, für eure Informationen. Also, ich glaube, es gibt keinen anderen Stufe 8 leichter Panzer, der so eine gute Durchschlagskraft hat. Vielleicht noch der Aufklärungspanzer 5. Ja, der hat eine bessere, aber der ist auch noch nicht im Spiel. T290 hat 175, ähm, der auch 182, EL7, der steht ja außer Frage. Und der hat aber 170, ja. Interessant, Leute, wirklich interessant. 212 Millimeter Durchschlagskraft ist so viel, wie der CDC hat, wie ein Medium. Der DPM von 2200 ist auch nochmal besser als der vom WZ-132. Und wenn ich jetzt gerade schon Medium angesprochen habe, jetzt nimmt es mich natürlich Wunder, wenn wir diesen DPM mit einem Panzer wie dem CDC vergleichen. Doch, wäre doch auch eine interessante Option. Und der AMX-CDC hat sogar einen schlechteren DPM, hat sogar einen schlechteren Alpha als dieser russische Panzer. Also, hat dieser russische Panzer momentan einen besseren DPM, aber eine ungenauere Kanone als der AMX-CDC. Einen Panzer, in der eigentlich viele Leute noch gerne gefahren sind. Mein Liebespanzer, der 59 Petten, hat auch einen schlechteren DPM, dafür aber bessere Golddurchschlagskraft. Uiuiui. Also, gehen wir zurück zum WZ-132, hier zu vergleichen. Die genaue, oder die Nachtartzeit ist 6,65 Sekunden eigentlich völlig in Ordnung, oder eben schon fast zu stark. 0,36 Genauigkeit anstatt 0,38. Die Einzelzeit ist genau gleich wie die vom WZ-132. Und ihr habt wieder 7 Grad negativen Kanonenrichtwinkel, während die meisten Stufe 8 Leits mit 5 Grad Rumgurken, die solche großen Kanonen rumhauen. Wieder zur Genauigkeit nach dem Schießen ist sie genau gleich ungenau wie die vom WZ-132. Während der Turmdrehung, der Rotation des Turms, also bei der Sturge Traverse, ist der WZ-132 genauer. So auch der LTTB, der ist dafür ein bisschen ungenauer. Während der Wanddrehgeschwindigkeit, oder während der, Entschuldigung, während hier ist während der Bewegung, während ihr eure Wanne bewegt, ist er immer noch genauer als der LTTB und als der WZ-132. Er ist genau gleich genau wie wenn ihr die kleine Kanone habt. Ihr könnt die hier sehen. Und auch das Gleiche mit der, während der Wannendrehung. Ansonsten, die Werte sind ziemlich gleich, außer du, während der Turmdrehung, wer bei maximaler Geschwindigkeit da ist, die einiges ungenauer geworden. Ansonsten bleibt es gleich. Also, hoi, hoi, Leute. Ich muss sagen, der Panzer sieht genial aus. Also, wenn ich den jetzt so sagen darf, unbiased, ich würde den sofort kaufen. Das sieht richtig genial aus, das sieht auch im richtigen Spaßmobil aus. Aber das letzte Land liegt daran, dass seine Werte teilweise eben verstärkt sind, artificially, oder einfach verstärkt wurden. Und dass es daran liegt, dass beide Kanonenoptionen sehr, sehr stark sind. Und ich hoffe, dass Wargaming bei, egal welche Kanonenoptionen sie nimmt, ich hoffe natürlich immer noch drauf, dass sie endlich nochmal uns die Option geben, dass wir einen Panzer mit zwei verschiedenen Kanonen benutzen können, wenn es ein Premium ist. Das ist meine Hoffnung. Aber ich hoffe trotzdem, egal für welche Kanonen sie sich entscheiden, da muss noch was gemacht werden. Ihr könnt nicht einen Panzer reinbringen, der genauer ist während der Fahrt, als sein Tech-Trick-Counterpart in vielen Belangen. Besseren DPM hat, bessere Durchschlagskraft hat, mit der eine der gleichen Kanone, oder noch eine bessere Kanone hat, die viele Mediums in den Schatten stellt. Also, und dann noch sieben Grad negativen Kanonenrichtwinkel habt. Leute, wenn ihr sagt, das Spiel hat Russian Bias, dass dieser Panzer wäre das perfekte Beispiel. Dieser Panzer, wenn er so ins Spiel kommen würde, ist das perfekte Beispiel für russisches Bias, für das russische Panzer zu vorkommen, oder einfach einen Vorteil haben. Weil, auch wenn ich den sofort so fahren würde, er wäre einfach OP. Also, jetzt, alleine von den Stats, habe ich das Gefühl, der Panzer wäre OP. Aber ja, was haltet ihr von dem Panzer? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr seht, der Turm ist wahrscheinlich auch nicht zu schlecht gepanzert. Ziemlich klein, ziemlich gute Kanone würde er auch noch haben. Als Passiv-Scout kann er funktionieren, als Aktiv-Scout kann er funktionieren. Ich habe den WC-132 auch 445 Meter Sichtweite gehabt mit meiner Crew und den 380 Meter Base-Fearange. Und es ist möglich. Es ist wirklich möglich. Mit einer guten Crew, mit Optiken, mit Ventilation, habt ihr das schon als Base. Und da könnt ihr mit einer guten Crew, mit Waffenbrüdern, das sind ja nochmal 5 Prozent. Also, man kann ja eigentlich sagen, wenn wir hier noch ein Ding reinpacken, Rationen, 0,448 Meter Sichtweite, mit 445 Meter, würde das definitiv reichen. Ich denke, der Panzer wird genervt, sollte genervt werden. Ansonsten ist einfach horrend so overpowered. Was haltet ihr? Lasst es mich wissen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.